Das ist der sechste Hund des Jahres. Warner Home Video präsentiert in einer Video-Erstaufführung die Kadetten, äh, Kadetten-Akademie. Wiederhole es! Meins, Sir! Wiederhole es! Meins, Sir! Wiederhole es! Die Ausbildung findet in entspannter Atmosphäre statt. Scheiß Zaun. Hat jemand eine Nagelschere dabei? Wäsche dir. Sauberkeit und Hygiene wurden großgeschrieben. Schlüpft aus euren Höschen und werft sie in mein Beutelchen. Wir tauschen lieber untereinander. Oh, ganz vorsichtig einschieben und dann abfeuern. Es liegt gut in der Hand, aber ist hochexplosiv. Irgendwelche Fragen? Man lernt auch mit delikaten Aufgaben umzugehen. Hey, Herrsch! Und eins und zwei! Selbstverständlich wird bei der Ausbildung nicht vergessen, dass ein wahrer Offizier auch ein Gentleman ist. Oliver! Guten Abend! Die Offiziere der Akademie dienen hierbei als Vorbilder. Macht es sie scharf, gefesselt zu werden. Was? Mit Fallschirmschnur. Hier werden Sitte und Moral noch ernst genommen. Schließlich ist die Weinberg Akademie ein sauberer Ausbildungsplatz, wo Muttis Söhne zu aufrichtigen, anständigen und charakterstarken Männern erzogen werden. Ihr wisst, warum ihr hier seid, nicht wahr, ihr Scheißer? Weil ihr Abfall seid! Wenn Sie also aus Ihren quengelnden und missratenen Belgern Männer machen wollen, schicken Sie sie umgehend auf die Weinberg Akademie. Sie werden staunen. Hier werden selbst die hartnäckigsten Versager zu Männern, die die Welt verändern. Männer, zu denen man eines Tages mit Bewunderung aufblicken wird.